Hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute wollen wir uns die TAPO C500 Überwachungskamera von TP-Link anschauen. Das Ganze ist eine 1080p Outdoor-Sicherheitskamera, welche schwenk- und neigbar ist und über die Smartphone-App angesteuert werden kann. Die Kamera hat mich nun die letzte Zeit im Alltag begleitet und alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr natürlich hier in diesem Video. Geliefert wird das Kit in diesem Karton und hier bekommt man auch einen umfangreichen Lieferumfang. Die Kamera lässt sich zum einen an der Wand montieren, aber auch eine Deckenmontage ist möglich. Die Montageschrauben und auch eine entsprechende Bohrschablone für die Befestigung sind natürlich im Lieferumfang dabei. Außerdem ist eine Befestigung an einer Stange, wie in meinem Fall natürlich auch möglich. Die Einrichtung des Systems geschieht über die TAPO-App und hier ist das komplette System dann auch in wenigen Minuten komplett eingerichtet. Die App an sich schauen wir uns natürlich gleich im Laufe des Videos etwas genauer an mit den ganzen Einstellmöglichkeiten. Da es sich hier um eine Outdoor-Sicherheitskamera handelt, haben wir hier eine IP65-Zertifizierung, somit natürlich auch einen idealen Wetterschutz für eine hervorragende Wasser- und staubdichte Leistung für den Außenbereich. Die Kamera ist schwenk- und neigbar für einen 360-Grad-Sichtbereich. Somit wird ein 360-Grad-Horizontaler Bereich und ein 130-Grad-Vertikaler Bereich abgedeckt. Somit ist eigentlich jeder Winkel gut einsehbar, den man jetzt hier mit dieser Kamera überwachen möchte. Wichtig ist natürlich die Bildqualität. Hier bekommen wir ein 1080p Full-HD-Video, welches live über die App wiedergegeben wird. Ich würde sagen, die App, die schauen wir uns jetzt doch auch nochmal kurz an. Ich blende euch die App an dieser Stelle hier einfach einmal ein und finde die auf jeden Fall schön übersichtlich gestaltet. Oben haben wir natürlich das Live-Bild der Kamera. Übrigens, wenn es dunkel ist, haben wir natürlich hier auch eine Infrarot-Nachtsicht, sodass man hier auch alles gut erkennen kann. Darunter gibt es dann einige Buttons. Zum Beispiel kann ich hier direkt ein Foto aufnehmen oder auch ein Video. Es gibt auch die Möglichkeit, die Videos auf einer SD-Karte in der Kamera direkt aufnehmen zu können und damit auch speichern zu können. Das Ganze geht mit einer SD-Karte von bis zu 512 Gigabyte. Es gibt aber noch wesentlich mehr Funktionen in der App. Wir sehen hier links Sprechen. Darüber habe ich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel mit der Person vor der Kamera über mein Smartphone kommunizieren zu können. Zum Beispiel möchte ich dem Paketboden mitteilen, dass er das Paket einfach vor der Tür oder in der Garage ablegen kann. Des Weiteren kann ich natürlich auch ganz einfach über diese Buttons die Kamera neigen und schwenken. Die Bildqualität hat mir hier auf jeden Fall sehr zugesagt. Alles ist gut erkennbar und einsehbar, was auch bei der Sicherheitskamera natürlich wichtige Aspekte sind. Übrigens, das Live-Video und auch das gespeicherte Video beinhaltet neben dem Video an sich auch den Ton. Super praktisch finde ich auch die Personenerkennung mit Bewegungserfolgung. Denn durch eine künstliche Intelligenz wird eine Person auch als solche erkannt und während diese sich vor der Kamera im Bild bewegt, dann fokussiert auch die Kamera weiterhin auf die Person, dreht sich somit auch mit. Wenn eine Bewegung erkannt wird, bekommt man auch direkt eine Push-Nachricht auf das Smartphone. Falls ihr mal nicht möchtet, dass die Kamera den Bereich, wo sie jetzt angebracht ist, aufzeichnet, gibt es hier auch einen physikalischen Sichtschutzmodus. Hier wird die Kamera dann komplett eingefahren, hat also gar keine Chance etwas aufnehmen zu können, kann man natürlich auch wieder deaktivieren, sodass wieder alles aufgenommen wird. Es gibt auch einen Alarmmodus, den kann man neben klassischen Alarmsignalen aber auch mit einem individuellen Ton belegen. So hat man eigentlich jede Möglichkeit hier abgedeckt. Und ich muss sagen, mir hat die TAPO C500 von TP-Link im Alltag richtig gut gefallen. Man bekommt eine simple App, auf der man sich super schnell zurechtfindet, hat eine gute Bildqualität, hat zwei Wege Audio, um auch mit der Person vor der Kamera kommunizieren zu können, Nachtsicht und noch vieles mehr. Damit sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende des Videos angekommen und preisleitungstechnisch muss ich sagen, bekommt man hier definitiv sehr, sehr viel geboten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und wünsche euch nun viel Spaß beim Ausprobieren. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.